So, ich möchte mich schon mal im Voraus entschuldigen. Heute wird es wieder langweilig. Heute schauen wir uns den Rechtsbruchtatbestand im UWG an, nach § 3a. Wir sind immer noch bei der Unzulässigkeit und diesmal sind wir bei den § 3a in Verbindung mit § 3a UWG in Verbindung mit § x. Also, dieser § x kann wirklich jeder § auf, ja, oder fast jeder § auf dieser Erde sein. Das ist wirklich so. Wir schauen uns einmal die Norm an. Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln und der Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen. Der § 3a UWG ist übrigens die Vorschrift im UWG, die in der Praxis am relevantesten ist, allerdings die Norm, die für die Klausur, ja, nicht so relevant ist, weil letztendlich, werdet ihr das gleich sehen, wenn man diesen 3a prüfen muss, dann wird die Lauterkeitsrechtsklausur eigentlich zu einer allgemeinen juristischen Klausur. Nämlich muss man da dann eine unbekannte Rechtsnorm anwenden. Und ja, das ist eher im öffentlichen Recht so der Fall und ich weiß ja nicht, ob der Klausurenersteller bei euch, wenn der eine Lauterkeitsrechtliche Klausur stellen möchte, ob der dann wirklich halt in irgendeine öffentlich-rechtliche Vorschrift reingehen möchte. Deswegen, also der 3a UWG ist meiner Meinung nach nicht so wirklich klausurrelevant. Ihr solltet den kennen und das, was ich hier bespreche, das, ja, ist so das Wesentliche zu dieser Norm. Okay, kommen wir zum Aufbau. Und das ist eigentlich das Wichtige. Der Aufbau ist wie folgt. Wir haben oder wir brauchen für den 3a eine Norm, die das Marktverhalten im Interesse der Marktteilnehmer regelt. Und dann, zweiter Schritt ist, wir müssen diese Norm, die das Marktverhalten regelt, die müssen wir prüfen. Also da müssen wir schauen, ob der Tatbestand der Norm erfüllt ist. Dieser Aufbau erinnert euch hoffentlich ganz stark an den 823 Absatz 2 BGB. Bei dem 823 Absatz 2 BGB, da ist es ja so, dass wir eine Norm brauchen, die Individualinteressen schützt. Beispielsweise die Sachbeschädigung nach 303 StGB. Die möchte natürlich das Eigentum einer Person schützen. Also die möchte nicht, dass jemand, keine Ahnung, mein Haus anzündet oder so, wenn ich Eigentümer des Hauses bin und so weiter. Also Individualinteressen. So, und dann zweiter Punkt ist dann der Tatbestand der Norm. Beim 823 Absatz 2 in Verbindung mit 303 StGB müsstet ihr dann die Sachbeschädigung prüfen. Also fremde Sache beschädigen oder vernichten. Und dann subjektiver Tatbestand. Okay, hier im Lauterkeitsrecht müsst ihr halt den Tatbestand der Norm, die hier unter Punkt 1 genannt wurde, prüfen. Ein Beispiel ist der 3a UWG in Verbindung mit Paragraf 3 Ladenschlussgesetz. Das ist ein super einfaches Beispiel, weil es ist dann wie folgt. Also Paragraf 3 Ladenschlussgesetz sagt, Verkaufstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein. An Sonntagen und Feiertagen, montags bis samstags 6 bis 20 Uhr und dann am 24. Dezember, ja, 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 egal. So, und jetzt nehmen wir einfach mal den Fall, dass das Unternehmen X am, keine Ahnung, machen wir Dienstag, immer noch bis 22 Uhr geöffnet hat. So, und jetzt sieht das Ladenschlussgesetz, sieht Bußgelder vor. Hey, das darfst du nun nicht tun, Bußgeld, Bußgeld, Bußgeld. Das ist das öffentliche Recht. Und jetzt mit diesem 3a UWG können wir dieses Ladenschlussgesetz in das Zivilrecht reinpacken und dann können wir von den Rechtsfolgen des Lauterkeitsrechts Gebrauch machen. Nämlich kann dann insbesondere natürlich dann ein Mitbewerber, sagen wir, es geht um, ja, ein Buchgeschäft, dann kann der Buchladen, das Unternehmen Ypsilon, das auch einen Buchladen betreibt, kann dann sagen, hey, Paragraf 3a UWG in Verbindung mit Paragraf 3 Ladenschlussgesetz, du hältst dich nicht an den Tatbestand von diesem Paragraf 3 Ladenschlussgesetz, weil du hast dienstags bis 22 Uhr geöffnet. Deswegen verlange ich jetzt von dir nach dem Lauterkeitsrecht Unterlassung. Und das ist dann natürlich super. Dann kommen natürlich zu den öffentlich-rechtlichen Bußgeldern kommt dann auch noch ein zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch. Und das ist natürlich, ja, toll für den Mitbewerber, weil der kann, ja, dann wird halt nicht mehr bis Dienstag, dann wird halt dienstags schon um 20 Uhr geschlossen, wenn er dann das Gerichtsurteil hat. So ist ja diese Ratio hinter der Norm. Also man kann die öffentlich-rechtlichen Vorschriften, da kann man in gewisser Weise zivilrechtliche Rechtsfolgen, ja, durchsetzen. Okay. Ja, und jetzt muss ich kurz durch alle Punkte einmal durch. Also, gesetzliche Vorschrift, da kann ich nichts zu sagen, gesetzliche Vorschrift ist jedes Gesetz. Also, sei es eine Satzung, sei es ein formelles Gesetz, sei es ein materielles Gesetz, was auch immer, eine Rechtsverordnung, all das erfüllt diese Voraussetzung der gesetzlichen Vorschrift. Zweiter Punkt ist, natürlich müssen die Voraussetzungen dieser Vorschrift, die ihr unter A genannt habt, vorliegen. Also, zum Beispiel beim Ladenschlussgesetz müsstet ihr dann prüfen, ah ja, haben wir hier eine Verkaufsstelle, ist die zu den Zeiten geschlossen, oh nein, ist die nicht, okay, Tatbestand ist erfüllt. Dann Regelung des Marktverhaltens. Und hier komme ich mal dazu, weil dieser Punkt, also jetzt der Punkt 3, hier müsst ihr tatsächlich zwei Sachen wissen, nämlich müsst ihr, muss die Norm, die ihr prüft, die muss eine Marktverhaltensregel sein. Und hier müsst ihr zwei Abgrenzungen vornehmen, nämlich einmal zu Normen, die das Vorfeld des Marktverhaltens regeln, das sind Steuerrecht, Umweltrecht, Arbeitsrecht, Straßenverkehrsrecht. Diese Normen, die, ja, beziehen sich auf das Vorfeld und wollen nicht das Marktverhalten regeln. Zweiter Punkt, und das ist der wichtige Punkt, hier müsst ihr die Marktverhaltensregel zu einer Marktzutrittsregel abgrenzen. Und eine Marktverhaltensregel, die regelt nämlich das Wie. Wie darf man sich auf dem Markt verhalten? Und eine Marktzutrittsregel, die regelt das Ob. Hier ein Beispiel von Professor Ohli, der Artikel 87 Bayerische Gemeindeordnung sagt, die Gemeinde darf ein Unternehmen nur errichten, wenn dieser Punkt hier erfüllt ist. Und hieran seht ihr, dieser Artikel 87 Bayerische Gemeindeordnung, der regelt das Ob. Darf die Gemeinde überhaupt auf den Markt? Das ist eine Marktzutrittsregel. Und deswegen ist der Artikel 87 Bayerische Gemeindeordnung, keine Marktverhaltensregel. Und deswegen kann man nicht den Paragraf 3a UWG in Verbindung mit Artikel 87 Bayerische Gemeindeordnung nutzen. Also das geht nicht, weil das keine Marktverhaltensregel ist. Letzter Punkt, und diesen solltet ihr auch noch wissen, also eigentlich diese zweite Hälfte, das solltet ihr wirklich wissen, nämlich eine sekundäre marktverhaltensregelnde Funktion genügt. Das heißt, insbesondere bei Ärzten und bei Rechtsanwälten ist es so, nur Rechtsanwälte dürfen Rechtsberatung ausüben und nur Ärzte mit einer Approbation dürfen die ärztliche Tätigkeit ausüben. Und das sind auch Marktverhaltensregeln, weil sie halt im zweiten Schritt das Marktverhalten bestimmen, weil eben die Verbraucher, die sollen vor solchen, ja, Fake-Leuten, also vor Quacksalbern, wie der Professor Ohlis gesagt hat, also man soll nicht rechtlich beraten werden durch einen Rechtsanwaltsfachangestellten, sondern man soll wirklich nur von Rechtsanwälten beraten werden und deswegen kann man dann Paragraf 3a UWG in Verbindung mit Paragraf 3rdg kann man dann gegen den X, der nur Rechtsanwaltsfachangestellter ist, gegen den kann man dann mit dem UWG, mit dem Paragraf 3a vorgehen und da unterlassen verlangen. Okay. So, dann in unserem Schema hatte ich diesen Punkt, die Sanktionen dürfen nicht abschließend geregelt werden und das ist wichtig, zumindest für meinen Schwerpunkt, weil zum Beispiel und insbesondere das geistige Eigentum oder auch das Kartellrecht oder auch die 307 fortfolgende BGB, die regeln die Rechtsfolgen abschließend. Also wenn eine Patentverletzung vorliegt, dann soll man nicht Paragraf 3a UWG in Verbindung mit und dann halt die Norm, die verletzt wird, also Patentverletzung, beispielsweise Paragraf 9 Patentgesetz, das soll man nicht machen können, sondern das ist alles im Patentrecht geregelt und das soll im Patentgesetz oder im Patentrecht bleiben und deswegen ist es verwehrt, Paragraf 3a UWG in Verbindung mit einer patentrechtlichen Norm zu prüfen und halt auch anzuwenden. Das gleiche bei den 307 fortfolgende BGB. Da ist der 306 BGB ist die Rechtsfolge, nämlich, ja ihr kennt das auch vom AGB-Recht, nämlich die unzulässige Klausel wird durch die gesetzliche Vorschrift ersetzt. 306 Absatz 2 BGB ist es. Und im Absatz 1 steht ja drin, dass der Vertrag im Übrigen wirksam bleibt. So, aber das ist eben eine Rechtsfolge, die im BGB geregelt ist und die soll jetzt nicht umgangen werden. Aha, du hast einen AGB-Verstoß gemacht, Paragraf 3a UWG in Verbindung mit Paragraf 309 Nummer 8 oder so. Das soll dann nicht gehen und dann soll man dann nicht auf Grundlage dieser Normkette Unterlassung verlangen können, sondern das wird im BGB geregelt. Genau, Spürbarkeit, ja, was soll ich dazu sagen, Bagatellverstöße, die sollen nicht unter Paragraf 3a UWG fallen, also so ganz kleine Sachen, ja, die sind egal. Ah ja, ist unwahrscheinlich für die Klausur, habe ich schon erwähnt. Genau, das Verhältnis nochmal zu 5a und 5b Absatz 4 UWG. Hier müsst ihr wissen, dass der 5a und der 5b Absatz 4, die sind vorrangig zu prüfen. Das hat der BGH in seiner Knuspermüsli-2-Entscheidung gesagt und das ist wirklich wichtig, weil dieser Verbraucherschadensersatzanspruch nach Paragraf 9 Absatz 2, wenn ihr euch den anschaut, dann kann nur ein Verstoß gegen 3a UWG diesen Verbraucherschadensersatzanspruch auslösen. Und deswegen und weil wir natürlich ein hohes Verbraucherschutzniveau erreichen möchten und dies wird auch im Unionsrecht vorausgesetzt, deswegen ist der 5a und 5b Absatz 4 vorrangig, weil früher hat der BGH es so gemacht, dass er 3a in Verbindung mit dieser Informationspflicht gemacht hat, zum Beispiel diese Energieeffizienz-Sticker. Da hat der BGH dann Paragraf 3a UWG in Verbindung mit der Energie-Sticker-Verordnung gemacht. Mit dieser Energie-Sticker-Verordnung meine ich jetzt auf diesen elektronischen Geräten, da muss dieses A++, A++ und so weiter stehen. So hat der BGH das vorher immer geprüft und jetzt aber hat der BGH dieser Rechtsprechung ja den Rücken zugewendet, er hat die abgeändert, nämlich 5a und 5b Absatz 4 UWG, die sind vorrangig. Genau, Kontrollfragen habe ich keine und das war es dann von dem heutigen Video. Mir fällt auch dazu nichts ein. Ich könnte noch ganz kurz erwähnen, dass in unserem Tutorienfall, da war, in der Examinatoriumsfall, da war dieser Fall, dass Apotheken, die haben, die haben, die verkaufen Medikamente, wisst ihr, und die haben dann, ja, zu dem Verkauf haben die noch einen 30-Cent-Gutschein gelegt. Also wenn ihr ein Medikament für 50 Euro gekauft habt, dann habt ihr noch 30 Cent so einen Brötchen-Gutschein bekommen. Und ja, das musste man dann prüfen, Paragraph 3a UWG in Verbindung mit dem Heimmittelgesetz, irgendwie sowas, oder Arzneimittel, ja, irgendein Gesetz jedenfalls. Und ja, und man kommt zum Ergebnis, dass das unlauter ist, diesen Brötchen-Gutschein in Höhe von 30 Cent zu geben. Perfekt! Also, ja, das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und ein Like da lassen, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.